Hallo zusammen, mein Name ist Christian, ich bin ein waschechter Privatdetektiv bei der Detektai Traute. Ich freue mich, dass du heute dabei bist bei unserem detektivischen Special, um herauszufinden, ob du der gesuchte Meisterdetektiv bist. Auf dich warten 24 Videos pro Tag, ein Video, in dem ich dir spannende detektivische Fragen stelle. Deine Aufgabe wird es sein, selbst tätig zu werden, selbst zu recherchieren, um am Ende den 24-stelligen Geheimcode zu knacken. Das heißt, pro Tag kannst du eine der 24 Stellen lösen. Wenn du dann am Ende alle Stellen des Geheimcodes zusammen hast, nimmst du diesen und trägst ihn auf unserer Webseite ein. Öffnet sie sich dann nach der Eingabe, dann kannst du sehen, ob du zu den Meisterdetektiven gehörst und eine Chance auf den Gewinn hast. Achtung an dieser Stelle, nicht der Geheimcode, sondern das Lösungswort auf der Webseite ist das Ziel. Wenn du dann an der Verlosung teilnehmen möchtest, musst du das Lösungswort als Hashtag unter dem 24. Video als Kommentar posten. Um keine Fragen zu verpassen, ist es von großem Vorteil, wenn du noch schnell meinen Kanal abonnierst. Die genauen Teilnahmebedingungen findest du unten in der Infobox und gewinnen kannst du ein von uns zusammengestelltes Detektiv-Package im Wert von 50 Euro. Was genau drin ist, soll eine kleine Überraschung sein. Auf jeden Fall kommen Gaming-Liebhaber und Büchernasen nicht zu kurz. Also hab jetzt Spaß, schau jeden Tag rein und zeig mir doch mal, was du jetzt drauf hast. Heute lautet meine Frage an dich. Was wurde in den 1920er Jahren gegründet und mit WKP abgekürzt? Für die dritte Stelle des Geheimcodes notiere dir die fünfte Stelle des letzten Wortes. Jetzt knie dich rein, recherchiere fein, dann ist die Lösung auch bei deinem. In diesem Sinne, ich seh dich bei der nächsten Frage. Tschüss. Ach ja, kurz Daumen hoch und Abo nicht vergessen. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020